Ich rufe auf den Kollegen Roman Reusch von der AfD. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn ein Antrag von fünf der sechs Fraktionen dieses Hohen Hauses eingereicht wird, dann fragt man sich doch unwillkürlich... Vier. Ich kann scheinbar nicht zählen. Gut. Dann fragt man sich scheinbar, was ist denn mit der letzten Fraktion? Für die kann ich sagen, die ist ja nicht gefragt worden, ob sie mitmachen will oder nicht. Woran das wohl liegt? Ja, möglicherweise hatte ja der PGF der CDU die Nummer unseres PGF gerade verlegt, aber wahrscheinlich nicht. Oder aber sie gingen davon aus, dass ausgerechnet wir der Entschädigung von Opfern, der besseren Behandlung von Opfern nicht zustimmen würden. Ist wohl auch nicht so wahrscheinlich. Also drängt sich auf, Sie haben wieder diese übliche Politposse abgezogen. Mit den Schmuddelkindern spielen wir nicht. Das ist bei anderen Sachverhalten schon einfach nur lächerlich und kindisch. Es ist in diesem Fall aber doch, sagen wir mal, sehr, sehr betrüblich. Denn das hier von Frau Nahles angesprochene gemeinsame Zeichen des Hauses, das haben Sie ein Stück weit verfehlt dadurch. Es wäre doch schön gewesen, wenn alle Fraktionen dieses Hauses diesen Antrag... Ja, gut, danke. Danke für den Hinweis. Also mit den Schmuddelkindern spielen wir nicht. Gut, dann zur Sache. Wir begrüßen diesen Antrag, wir ihm auch zustimmen. Die Frage ist allerdings, weshalb kommt der Antrag erst jetzt? Hätte der Antrag nicht schon elf Monate früher kommen müssen oder sollen? Schon sehr schnell nach dem Attentat haben die Zeitungen über die Schicksale der Überlebenden und der Hinterbliebenen, der Toten, berichtet. Sie haben berichtet, wie es ihnen erging im Behördendschungel. Monatelang, die Presse ist dran geblieben. Es gab keine Reaktion. Warum nicht? Und jetzt auf einmal, auf einmal wird dieser Antrag... Wunderbar, extra Beauftragte ist immer gut. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, wohne ich einen Arbeitskreis. Genau, richtig. So, und jetzt... Der kann wenigstens zählen. Ja, gut, wunderbar. Ja, ich bin kein Mathematiker. Ja, genau. So. Jetzt kommt ein offener Brief an Frau Merkel. Von Hinterbliebenen. Und auf einmal wird dieser Antrag... Montagabend wurde er auf die Tagesordnung gesetzt. Und Montag nachts um zehn lag sein Text vor. Ob da ein Zusammenhang besteht oder ist das die Methode Merkel ein Problem, das sich andeutig die Zeitungen berichteten. Da sah man nicht... Sah Frau Merkel nicht so gut aus. Sie wurde persönlich angegangen. Das ist so typisch die Methode Merkel. Wenn sich ein Problem eventuell auf die Umfragewerte auswirken könnte, dann wird es abgeräumt. Und dieses Abräumen findet jetzt statt. Wenn wir über Opferschutz reden, dann möchte ich darauf aufmerksam machen, dass der beste Opferschutz die Verhinderung dessen ist, dass jemand zur Opfer wird. Und hier hat Herr Kauder schon angekündigt und auch Frau Nahles hat darüber gesprochen, dass wir da in uns gehen müssen und nachforschen, wo denn die Ursachen für dieses ausgesprochene Staatsversagen liegen. Sie wollen jetzt Untersuchungsausschüsse einsetzen. In NRW gibt es schon ein, in Berlin gibt es schon ein. Und beide stehen unter der Prämisse, haltet den Dieb. Die Politik kann nicht schuld sein. Es sind irgendwelche untergeordneten Beamten, die das sind. Das ist jedenfalls der Eindruck, wie er unten an der Basis der Sicherheitsbehörden ankommt. Und aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie terroristische Gefährder halbwegs sicher ungefährlich machen wollen, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Sie müssen ihn, falls es sich um einen Ausländer handelt, abschieben. Das ist so gut wie unmöglich. Nur ganz in seltenen Fällen kann man jemanden abschieben. Also muss man die Hindernisse, die zahlreich sind, bei der Abschiebung beseitigen. Oder man muss einen solchen Gefährder eben aus dem Verkehr ziehen und ihn, solange die Gefahr von ihm ausgeht, einsperren. Sicherungshaft. Ich gehe fest davon aus, dass keins von beiden erfolgen wird. Wir werden sicherlich weitere Opfer zu beklagen haben. Und ich kündige an, wir stimmen zu. Und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Der Kollege Konstantin.